Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß. Geht's Commons? Ich muss sogar was trinken. Verdammt. Ey gleich! Mit uns nicht passen, beziehungsweise Krähenzahlen Dating in allen Ländern, die die der Stadt und ihre aktuelle Anführungen folgen. Die resolverliche Anforderungen in allen Staaten, die die in den Linken in Deutschland und ihren aktuellen Anforderungen folgen werden. Atlanta, Stage 9 Catastrophe. Augusta, Stage 9 Catastrophe. Ich denke, ich muss gehen. Zu Atlanta? Ja, ich habe Freunde da. Und ich kann nur nicht hier sein, dass sie in dieser Stadt sein können. Sieht so, dass niemand weiß, was da passiert. Wenn wir ein paar Tage vorhin sind, könnte man auch gehen. Ich muss meine Chance nehmen. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Du musst tun, was du musst tun. Und ich muss das tun. Ich respektiere das. Ihr seid sicher. Wir versuchen es. Und Lee, du weißt, wenn das nicht besser wird, werden die Leute aufhören. Wie die Mädchen von nach unten. Du wirst sie einfach nur aufhören? Nein, Glenn! Ich hoffe, wir sehen ihn wieder. Ich hoffe, wir haben viel zu geben. Hey, kid. Whew! Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. I think you know what you're doing. Shit, man. Do any of us? With Clementine, I mean. Earlier, you said you were clueless. I just want you to know that I look at you and I see the type of guy who figures things out. That girl's gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. Kenny ist ein feiner Kerl. Ich nehme es ihm nicht mehr übel, dass er den Jungen auf der Farm sterben lassen hat, aus Versehen. Ich meine, er hatte Angst, klar. Flo. Angst um seinen Jungen, und so weiter. So. So. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do. Yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Well, I'm sure he liked you, too. Heh. You better have. Anyway. I'd rather be alone, I think. I understand. Wait. Lee? Derrick had an underwater mega laser. What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah. I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Derrick had an underwater mega laser. I don't know. I don't know. Hold on, eh. It's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell. And my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Aw. I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Hm. Let me go deal with this. Oh, man. Clementine. Another thing. Oh, man. What do you want? You like my daughter? Derek and Super Dinosaur got ambushed by Squiddy, but Derek had an underwater mega laser. Yeah. She's great. Well, stay the fuck away from her. Or what? Or, uh, everyone will know that you, Lee Everett, are a killer. And you were before it was something you had to do to stay alive. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you, but if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? Oh, man. Check this out. My dad would be dead if it weren't for you. Tim. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. I don't believe it. Me too. This motor in is pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly we got light. There are worst places to call home. Yeah, you're right. You know guys, I think it's going to be okay. Five minutes. I think it's going to be okay. I think I'm a good one. So, now we've got an answer. Bye. add, guys. We're gonna be in the kitchen. What? And next time. Bye. 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 Ich dachte, wir wären gut, wenn wir die Walkers übernommen haben. Ich dachte, wir würden uns nicht mehr übernommen. Ich möchte, dass du das, okay? In case du oder Clementine beginnst zu fühlen. Du wirst mir nichts wissen, Carly. Wie geht's dir, Clementine? Ich bin echt hübsch, Lee. Wir müssen Essen holen, Lee. Soon. Hallo, ich bin Andrew St. John. Wir sind von St. John Derry. Es ist schön. Nicht so, was passiert mit den Walkers in Herschel's Farm. Du wählst die Kinder in Herschel's Farm. Irgendwas kommt, Lee. Hier wird ein Krieg. Die Walkers nicht mehr als viel als die Babys. Du f***st, Les! Jetzt werden wir von uns nehmen. Es gibt zu viele von ihnen! Ja! Du niemals liebte mein Leben. Even nachdem die Drunk-Soldier warst, du denkst, dass die Kinder getötet sind. Du gehst aus deinem Weg gegen ihn. Das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Nein, mehr! Nein! Nein! Bitte noch mehr, bitte! Bitte, bitte! Echt? Echt? Oh, ich hätte es gedacht, dass sie sich mehr für Sean entscheiden. Loyalität auf Kennys Seite. Du und 48% der Spieler, Kenny verteidigt. Ja gut, wahrscheinlich haben so viele Kenny nicht verteidigt, weil sie halt... Weil Kenny ja den lieben Sean sterben lassen hat. Das kann natürlich sein. Gnade. Irene die Waffe gegeben. So wenig haben wir die Waffe gegeben? Was, nur 45%? Alles klar. Dark oder Kali? 76% haben Kali gewählt. Ja, das dachte ich mir schon. The Walking Dead. Ein neuer Tag. Eieieieiei, okay, das war die erste Episode, Leute. Aber nein, also das ist ja mal übel nice. Und warum habe ich so lange dieses Spiel nicht angerührt? Ich habe das locker schon zwei, drei Jahre in meiner verdammten Steam-Bibliothek. Weil ich habe das einfach nie gespielt. Weil immer was dazwischen kam, so andere Spiele, die ich spielen wollte und so. Oh nice, alter. Oh, das Spiel ist schön, das Spiel ist schön. Ich bin gerne überlegen, ob ich jetzt The Walking Dead erstmal für heute beende. Weil, ja. Das war es ja prinzipiell. Erstmal so mit der ersten Episode. Machen wir jetzt so sag ich mal fünf Streams, wo wir jeden Stream eine Episode zocken oder so. Das wäre natürlich eigentlich... Doch, doch, das ist ein ganz guter Plan eigentlich, oder? Doch, ich glaube schon. Dann bin ich jetzt am überlegen, ob ich jetzt ein bisschen Ori spiele. Oder halt den Stream beende und PUBG zocken gehe. Hätte ich nämlich auch Bock drauf. Schreib gleich mal einem Kumpel, ich frage ihn gleich, ob er Zeit hat. Wenn ja, dann werde ich den Stream denke ich mal beenden. Wenn nein, kann ich das... Ah, okay. Ah nein, okay. Alles klar. Wenn er Zeit hat, dann werde ich den Stream denke ich beenden. Wenn nicht, dann werde ich noch ein bisschen Ori zocken. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er sagt, jo, ich hab Zeit oder so. Ähm. Jo. Ich glaube, so mache ich das. Wir müssen jetzt halt nur den Abspann mal abwarten. Und dass man ihn nicht überspringen kann, ist doof. Oh, und wir. Habt ihr es gelesen? And you stand da. Wir sind in den Credits, wuh. Nice. Na gut, wir machen ja die Geschichte so gesehen, ne? Also auch. Zum Teil. Mit unseren Entscheidungen halt. Ist ganz nice. Ich liebe solche Entscheidungsspiele, sag ich mal. Oh, schön. Spiel. Spiel 1. Spielen. Episode 2, Leute. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Spiel. Ah. Erstmal richtig hinsetzen. Mikrofon nochmal richtig hinrücken. So. 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 So wie ich es will. So. So. Ich weiß, wer Sie sind. Wäre es bisher geschah. Hätte man den eigentlich retten können? Du bist alle selbst durch das? Ja, ich will meine Eltern nach Hause zurück. Und du? Du hast einen Blick auf die Front Door. Du bist unsere Belegung. Das ist Doug. Du hast es. Und ich Carly. Okay, Carly. Du kannst du mit Doug... Du hast es, Boss. Sonne of a bitch. One of them ist bitten. Wir sind mit ihm. Mit dem blöden Ende eines Handels, vielleicht. Vielleicht, niemand schreckt mein Junge. Hätte man da beide retten können, oder? Wahrscheinlich nicht, oder? Und ich gebe keine Scheiße, was zu dir passiert. Aber wenn irgendwas zu meiner Tochter passiert, oder zu dieser kleine Mädchen, die du mit dir hast, du hast deine Scheiße. Weißt du? Wir haben die Tochter, oder das kleine Mädchen, schon so oft gerettet. Und der Typ vertraut uns halt immer noch nicht, dass wir sie beschützen wollen, ey. Oh, der Typ geht mir so auf den Sack, ey. Das ist unglaublich. Ich mag den immer noch nicht. Wer den, glaube ich, auch nie mögen. Meinetwegen kann er sterben. Mann. Außer kriegst du jetzt nochmal so einen Sinneswandel, oder so. Weiß ich nicht. Dann vielleicht. Drei Monate später? Oh. Drei Monate ist schon. Kass. Wer ist das? Was ist das? Ich kann noch nicht glauben, dass wir all diese Kommissar-Füße durch drei Monate durchgeführt haben. Es war so viel bei der Zeit. Vielleicht sollte man nicht die Tür öffnen. Ja, außer dann wäre ich wahrscheinlich bee-Füße nach dem Moment. Ich glaube, ich habe keine Regretungen. Ein Räbis ist kaum ein Essen, Mark, aber ich würde es nehmen. All hungry. Keh? Keh? Wenn ich für Karlie die Ration die letzte Nacht habe, dachte ich, dass sie meine Hand nehmen würde. Wir sind alle auf den Weg. Wir machen uns ein bisschen slack. Ja, du bist richtig. Ich wünsche mir sicher, wie viel Essen wir haben. Wir funktionieren. Vielleicht. Vielleicht. Einige Leute sind nicht zu glücklich mit der Art der Lülie handelt. Dudley weiß, dass es wichtig ist, dass die Kinder zu füllen und funktionieren. Manchmal wird das bedeutet, dass jemand etwas zu verlieren muss. Du denkst, dass Kenny noch mehr Glück ist, als wir hier sind? Ich hoffe sicher. Ja. Ja. Zwischen der Läcke von Essen und Kenny und Lilly, die ganze Zeit kämpfen, Dinge sind ziemlich intensiv, nach dem Motor Inn. Du weißt, dass Kenny schon überrascht, wenn er das R.V. geht. Ja, Larry ey. Er wollte uns den Beißern überlassen. Gansattel bring walkers, when birds are not worthy. Yeah, I know. I'm just really freaking hungry. What? Scheiße! War das Kenny? Ich weiß nicht. Komm schon! Jesus Christ. Oh shit, no, no, please don't kill us. We just want to help our teacher, we'll leave, I swear. Lee, you guys okay? Get it off, get it off, goddammit, get it off me! Travis, maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp, and we barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? I don't know, man. What the hell happened? Mr. Parker said we should stay off the streets. We were trying to be careful, but... Lee, this is fucked up. We've got to help him. Please. Ben, shut up. My dad was special forces, I know what I'm doing. Just see if you can get him out. After that you can leave us or whatever. I don't care. Please. We gotta get him out of there. Oh God, thank you. Fine, but you gotta hurry. Hurry, hurry, hurry. Das ist ein Beißer. Lee, this trap has been altered. There's no release latch. We have to get him out of there. We have to get him out of there. Wow, shit. Walkers. It's now or never leaving. Please, get me out of there. Mark, get the boys back. Kenny, keep those Walkers off of me. Okay. So, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. mal rein. mal rein. aus und